Ja, der ist schon sehr stark eigentlich. Ich habe auch immer mehr als Soldat gespielt. Okay, und beim... So, das ist aber neu. Wo ist denn hier? Ich komme gar nicht da durch. Was hast du jetzt dabei? Okay. Ja, hatte ich aber auch schon mal. So schlimm ist das nicht. Jetzt, wo ich hier oben bin. Wie viele hier sind. Hier drinnen gibt es glaube ich Heilung. Ähm, da reingehen. Und ganz viel Munition. Alles voll. Ähm, ja, Fort Kamek oder? Ist das? Äh, Zegelei. Ja, kommen wir auch. Nee. Ähm, Gegner. Ja, Eisenhütte wird es gewesen sein. Gehen auch zu die Eisenhütte rüber. Ja, gehen wir mal zu die Eisenhütte. Ja. Da sind Enten. Ja. Vielleicht ist sogar der Boss da. Ah ja, der Boss ist hier. Einer ist schon gestorben. Einer ist schon gestorben vom Boss. Ähm, wär schon gut. Mh, da drin. Äh, ja. Wir wollten rein. Da war ne Falle. Ja. Nein, die eine hat sich selbst getötet. Der eine ist gerade abgehauen. Ich lade mal den Bennig. Ah, der Shotgun-Typ, der liegt hier. Doch, doch, die liegt da. Ah, ne, das ist die Sparks. Und sein Kollege liegt hier drin. Hier. Irgendwo wird schon Feuer sein. Ja, hier ist auch Feuer. Ah, Dynamit. Ja, der ist hier drin. Von mir. Down. Der hat die Shotgun gehabt. Ja, ja, ich habe dieselbe schon dabei. Die ist vollautomatisch, die Shotgun. Ja, das stimmt. die gegner warten da bestimmt auf uns ja wie immer ich sehe keinen gehen wir hier raus oder geht es davon auch noch raus nein gehen wir da hinten es ja 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 Da vorne sind Hunde Gibt es ja eine Laterne? Nein Hier ist noch keiner zu sehen Und noch mehr Hunde aufhören Wie geht es? Na genau, ein paar Hände waren jetzt auch nicht da, den Amulador mache ich noch. Na genau, ein paar Hände waren. Die anderen sind auch noch am kämpfen. Die anderen sind auch noch am kämpfen. Das war eine schnelle Runde.